Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 2. Wir spielen heute Waffenmarathon, also Waffenmarathon ist ja kein Spielmodus, sondern ein Spiel, das ich erfunden habe. Jetzt fühle ich mich wie so ein ganzer Gangster, der etwas erfunden hat. Nein, auf jeden Fall mache ich hier immer meine Klassen, also heute spiele ich mit dieser, könnt ihr schnell anschauen und habe einfach eine Waffe und dir müssen mir in den Kommentaren schreiben, welche Waffen es insnächst brauchen soll, dann probiere ich mit dieser Waffe möglichst gutes Game zu machen. Theoretisch ist so mein Ansatz oder mein Vorsatz, mein Ansatz, mein Vorsatz ist immer das erste Game hochzuladen, jetzt ist es nicht das erste, weil ich vorher wirklich ein 3 zu 13 oder so gemacht habe und sorry, aber so einen Scheiss kannst du zutage auf YouTube nicht mehr hochladen, weil einfach alle irgendwie mit einem 50 zu 0 oder so einen Scheiss kommen, das schaffe ich sowieso nicht. Aber so ganz wenig etwas würde dann vielleicht gleich gehen. Ja. Hier oben kommen sie dann gerade alle jetzt. Jetzt müsst ihr euch auch nicht sehen. Bäh! Ich habe mich verdammt angestellt, jetzt gerade, oder? Können wir das bestätigen? Ja, das war ein blöder Totenkopf, versperrt mir das Gesicht. Ja, es geht auch. Ja, wie einfach Granaten fliegen. Die ganze Zeit. Wo war dieser Mann, der jetzt war? Ist der schon wieder tot? Ich habe ihn genau gesehen auf der Map, das muss er nicht meinen. Jetzt meint er, er ist ein Ninja, oder wie? Ich habe ihn jetzt wenigstens an Kimbo freigeschaut, da. Oh, da ist gerade einer gestorben. So. Einfach mal genau zu viel sagen, aber vergessen wir es ein bisschen, als wir ein Video machen, ist, wenn man konzentriert ist. Und dass wir mit dieser Waffe irgendetwas erreichen, muss ich mich konzentrieren. Das ist nun mal so. Und ich würde auch so nicht allzu viel erreichen. Also vielleicht irgendetwas. Jo. Ja, ich bin langsam fertig, oder so. Wie habe ich jetzt auch nicht gemessen? Mann, auch, ich frage mich verdammt ab diesem Game. Aber ist es einfach Bullshit. Mann, dann hat er noch ein Wolfsburg-Dogtag, oder irgendein so ein Bullshit. Vor allem sollte ich vielleicht mit mir einen Runner-Klasse nicht aufs Dach gehen, aber was soll's da unten ist einer. Dann könnte er dann nachher runnen, wie ein richtiger, würdiger Runner. So. Zum Glück hat er gesnipet, sonst hatte er nämlich keinen Stich gehabt. Wo sind die Leute? Gegners. Ich lasse jetzt die Angrela vorgehen. Yo. Meine Vorräte. Mal schauen, was wir drin haben. Hoffentlich habe ich etwas geändert. Als erstes haben wir einen Loadster geirrt. Ich bin fast durchgedreht, könnt ihr euch das vorstellen. So. Konter-Drohne. Yeah! Du musst da irgendein Geschütz am besten auf, glaube ich, schon hier haben. Oh, Mongo! Nein. Der geht mir nicht mein Geschütz, gerade zuerst erinnern. Nein! Not today, buddy. Schau, jetzt kommt er schon wieder. Hat er irgendwie Wallhacken, oder warum hat er gerade durch die Wand geschossen? Ich bin blind, das ist der Grund. Aber ich passe jetzt halt einfach hier auf. Also, dass mein Geschütz nicht irgendwie zerstört wird. Mein Schätzchen von Geschütz. Apropos. Ich bin blind, wenn sie einfach meine Sachen kaputt machen. Ich renne nur wegen dem. Oh! Ist das jetzt gerade der Ass-Mine, oder habe ich das falsch gesehen? LOL! Sind die alle am Snipern, what the fuck? Ah, ja. Doch nicht am Snipern. Aber jetzt kommen sie doch gerade entweder hier oder hier. So. Jetzt bin ich richtig ein Runner. Einfach alle Nerven mit meinem rumhüpfen. Oh, meine Scheisse. Das ist jetzt aber nicht schlecht gewesen, sag mal. Nice. Nice, nice. Aber der kommt jetzt gerade wieder hier und darum liege ich schon mal her, weil er richtig ein Camper. Oh, jetzt hat er schon jemand anders genannt, jetzt hätte er sich nicht über mich nerven können. Ach. Zeig mal. Oh, ich bin erst. Nice. Oh, ein Nose-Cope, nigger. Nigger. Also, nigger nicht rassistisch gemeint, sondern einfach als nigger. Was, Cupfax. Was, Cupfax, Mann. Cup ist geil. Ich schreibe jetzt auch einfach jeb. Eigentlich ist es schon ein bisschen Nubwaffe, aber egal. Wenn sie sich nerven wollen, dann soll sie sich nerven. Ey, das ist eigentlich wuure dumm, immer hier durchzugehen, weil sie genau wissen, wo man kommt. Boah, den haben mir einen drastgeraten. Merci an den, wer auch immer das ist gewesen. Das Beast Kill. So, wenn wollen wir auf die Eier gehen, wieder am Cranes, oder wer hat sich beschwert? Im Chat. Ich will immer denen, die sich beschweren wollen, auf die Eier gehen. Das ist das Lustigste. Sonst ist das Leben nicht lustig. Das ist das Leben traurig. Mit Migaretten. Nein, über das macht man sich nicht lustig. Mal, manchmal. Ich kann es nicht so gut hier allein sehen. Das ist ja nichts mehr. Jetzt weiß ich, wann ich schon zwanger ist. Ich bin ein Burschen. Ey, was soll das Scheiß? So geht es ja. Schon will ich sagen. Habe ich genau gesehen. Von wo hat er gewusst, dass ich rumkomme? Hacker, Mann. Ich kann mich jetzt verkampen. Boop. Yes. Holy shit, put away your cap. 40. Nein, kein Bock. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Knife runter, wo ich kann. Oh mein Gott. Der hat gerade Double Kill gemacht. Nice. Jetzt ist es aber noch schnell No. Hihi. So. Mongos kommen da her. So, meine Vorräte. Was haben wir Vorräte heute? Sicher etwas Geiles wie Eises. Schnell schauen, dass ich hier nicht mehr komme. Und... Yes, eine Drohne. Mann, habe ich immer Glück. Ich hatte die Aufnahme immer. Wer will schon keine Drohne? Der regt sich jetzt sicher auch wieder auf. Ja. Wissen sich alle Nerven jetzt sicher. Schau, jetzt schreibt er gerade wieder einen. Put away your cap. 40. Hihi. Nein, aber wir sind ja am Verlieren wie in den Maren. So, meine Vorräte. Wo kann ich sie einsetzen? Nein, das habe ich mir gerade nicht gelangt für meine coole, meine coole Geschütze. Dann hat ich ein Quartner ohne gekannt. Da können alle in den füdeligen Bäschen. Aber nein, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Oh, bin ich Philosoph oder bin ich Philosoph? Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Ja, es ist geschütz. So ist auch gut. Hauptsache geschütz, egal wie ich es bekomme. Ohne Scheisse. Nein, die gehen wir jetzt nicht an. Komm, ich will wieder bei Schutzgeschütze. Ich muss mal lernen, wenn wir Geschütze auch ständig platzieren. Ich gehe jetzt in die Bibliothek und hole mir ein Tutorialbuch für Geschütze aufstellen. Das wäre doch eine coole Idee. Wie will ich einen Alpha? Nein, wir holen einen Alpha gerade wieder. Dann bekommen wir nämlich Punkte. Ah! Das habe ich jetzt verdammt. 18, 13. Das ist schade, dass ich mit den Geschütz mit meinen Beinen ein wenig mehr habe gemacht. Nein, ich will den letzten Kill. Schau nach. Oh, bitte. Ich will den letzten Kill. Nein, nerven sie sich. Komm schon. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Das ist ja euer letzter Kill, wenn sie gewonnen haben. Ich habe keinen vergessen. Cup 40. Noobs. Easy. In diesem Fall würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Waffenmarathon und bis denn und schönen Tag.